Halli, hallo, hallöle, damit recht herzlich willkommen in dieser Stadt. Ich lasse mal die Pause mal besser drin, weil ich glaube, sonst wird das ein bisschen, ne? Ja. Wir haben nämlich ein bisschen Nachfrage und die müssen wir jetzt irgendwie nach der Aufnahmepause, wir haben jetzt gegessen, interessiert euch bestimmt. Ich kann mir gerne einen großen Bahnhof anschauen. Guck mal, das ist ja den, den ich im Endeffekt gerne... Der, den ich bauen wollte. Genau, da hier. Den, den ich bauen wollte. Das steht dem Bahnhof, den da dahin bauen, dann später und so, ja? Ja. Das sieht dann sehr, dann kann man da so Straßenbahn... Ja. Oh, dann kann man... Ja, ist jetzt gut. Dann Straßenbahn hinbauen? Ja! Nee, Straßenbahn. Das müssen ja erstmal Leute irgendwo hinpflanzen, ich würde da ja Leute hinpflanzen. Aber denk dran, da vorne kommt eine Autobahn. Gitterzug Bahnhof. Ja, aber hier können wir jetzt ja trotzdem siedeln. Ja, dann lass mal nur Wald um die Autobahn drumherum bauen. Achso, Schritt 1, Wald. Schritt 1, Forrest. Weil die Autobahn irgendwann noch angehoben werden könnte. Das kostet aber richtigen Kohlen. Man kann da eine Lärmschutzwand dranbauen später. Ja, dann müsste man über die Autobahn drüber bauen, damit man da Leute noch hinbauen kann später. Weißt du? Achso. Ja, die kriegen eine eigene Abfahrt hier. Das ist sowieso noch mal extra. Du wolltest auch eh so ein bisschen kaffmäßig machen. Gut, hier würde ich jetzt noch das Stadtzentrum haben und dass man dann sagt, wenn man jetzt hier weiter raus geht aufs Land, dass man hier so und da so kleine, hier kann man schöne Käfer hinbauen. Ja genau, das hatten wir ja vor. Genau, da kann man, ich mache mal ein bisschen R&D-Mode. Oh, wir haben da voll viel verschmutzt. Ja, das können wir halt leider noch nicht. Jetzt können wir es wahrscheinlich machen, oder? Mal kurz gucken. Können wir denn schon upgraden? Nein, wir haben es leider immer noch nicht. Ab 26.000 Einwohnern. Dauert noch eine Weile. Dex time. Aber wir haben den Eilenstein voll schnell erreicht. Ja, Dex time. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwie was gut gemacht. Zur Abwechslung. Also normalerweise gehe ich ja nicht davon aus, ne? Da 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 bla 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 da. Nö. Der Josh hat gerade ein Ohrwurm. Da 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 bla da. Nö. Da 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 da. So, die brauchen, was brauchen die? Es fängt mit F an und hört mit Uswege auf. Wie war das? Ihr habt mich voll getriggert mit Fusswege. Heißt doch Fusswege. Das heißt Fusswege. Nein. Nö. Ich muss Nö sagen. Nö. Nofi nicht. Okay, das können wir das hier ein bisschen so. Dann können wir. Wir brauchen. Die Leute brauchen Gewerbe. Die Leute brauchen Gewerbe. Ah, woran ich dich erinnern soll ist. Gewerbe. Woran die Vergangenheitsluisa dich erinnern soll, ist, dass du noch Fusswege zu den Bahnhaltestellen baust. Oh ja, aber das würde ich auf jeden Fall machen, wenn wir uns jetzt hier drum gekümmert haben. Danke. Danke, Gegenwartsluisa. Der Vergangenheitsjörg hat es gesagt. Ja. Und da kann man fast auch eine Straße. Nö. Das könnte man vielleicht ausbauen zu etwas bisschen was Größerem. Das hatte ich ja gesagt. Das hier. Nein, nicht das da, sondern von da am Umsteigenzentrum. Da nicht. Da kommt keine Straße hin, weil dann ist das hier überlastet. Nein, mit der Straßenbahn, die da reinfährt. Oder kann man hier fast noch... Nö. Guck mal, wenn die Straßenbahn von da oben da reinfährt. Ja, das kann man natürlich auch machen. Das ist gar kein Problem. Ja. Wie geht es jetzt um die Straße, dass wir vielleicht dieses Ziel zu einer Hauptstraße machen? Ja, ich gucke mir jetzt den Seilbahnendbahnhof an. Cool. Danke für die Info. Den werde ich später da drüben bauen. Nö. Nö. So. Ähm. Man kann hier in den Umfeld eine Verbindung für die Busse... Oh, man kann hier in der Ringlinie, damit die Busse nicht hin und her fahren, sondern so... Oh, ich habe eine... Ach komm, okay, ich will das jetzt nicht. Ich mach jetzt einfach weiter. Ach, der denkt wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich bauen will, weil ich so rumzögere. Der geht nicht davon aus, dass man hier LP-t. Hm. Du eierst aber wirklich schon ein bisschen rum. Das passt hier aber nicht. Dann ignorieren wir das und machen hier einfach normale Straßen. Das sind seine Straßen. Dann müssen wir hier einen Bus bauen oder so, ne? Der collectet irgendwie. Ja. Nö. Da, 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 da. Okay. Das wird sehr viel für sehr wenig, ähm... Wieso? Da kommen noch Büro rein und dann kommen Leute. Ja, ja, aber das wird sehr viel, ähm... Das wird sehr viel kleine Straßen für sehr viel Verkehr. Wieso? Wir machen an den Hauptpunkten einen Collector durch den Bus. Hier. Ja, aber hier kann ich gar keine Collectorstraße hin. Oder gibt's... Oh, es gab doch diese... Du brauchst noch keine Collectorstraße. Oh, ich will. Ich will, ich will, ich will. Es gibt so kleine Straßen, so ein 4-4-4-Lane-with-Bus. Sowas hier will ich haben. Sowas will ich hier haben. Ohne Parkstreifen, dafür mit Bus. Verstehst du? Ja. Findest du es schlecht? Nein. Nicht? Findest du es gut? Auch nicht. Findest du es okay? Ja. Ähm... Dann kommt hier noch so eine Bus-only. 4-Lane-Bus. Das ist das 60-Meter-Wide-Road mit 4-Lanes. Das ist die Inner-Tour-of-Priority-to-Traum-and-Bus. Das will ich eigentlich nicht. Ich will... Gibt's auch nur eine Bus-Spur? Gibt's bestimmt als Mod irgendwo, ne? Dann kann ich das hier halt simulieren, dadurch, dass ich hier jetzt halt so einen Feldweg durchzimmer, oder? Weißt du, ein Bus darf da reinfahren, aber eine Bahn nicht. Ja, hier eine Straßenbahn, oder willst du hier eine Straßenbahn-Netz ausbauen? Ich hätte hier eine Ringlinie von einer Straßenbahn gemacht. Ah, das kannst du mir sagen. Das hab ich doch gesagt. Dann kommt da sowas, da können ja auch Trammen fahren. Ja. Trambus und Taxi. So. A small tram network. Oh, guck mal, das kostet nichts, oder? Es wird wieder noch nicht angezeigt, dass es was kostet. Ach doch, es kostet einfach nur nichts. Gut. Dann kann man hier aber noch nur fast Busse... Wobei, die können ein bisschen laufen, die faule Säcken, so. Dann würde ich aber hier gerne wirklich nur... Da müssen wir kurz sperren für sämtlichen Verkehr. Bevor wir irgendwas machen. Sorry, das wird sich wieder lang aufhalten mit irgendwelchen Scheiß, aber... Äh, okay. Da dürfen keine Autos. Und keine LKWs. Ja, der Rest ist okay. Du kannst für ein paar Spuren ja auch SOS-Fahrzeuge verbinden. Äh, Flachverkehr. Nee, SOS-Fahrzeuge sollten schon überall... Wenn irgendwo brennt, dann ist es besser, wenn die da einfach durchfahren, finde ich. Meine Meinung. Ja. Eine Frage ist, ich habe halt Angst, dass hier wieder keine Leute ein- und aussteigen. Das müssen wir aber gleich mal gucken. Da-da-da-da-da-da-da. So. Das ist jetzt so das Grundstraßennetzwerk hier. Da kann man hier eine kleine Tram durchzimmern. Das ist okay. Das ist süß. Ich will mir keinen Monor-Rappers-Knoten anschauen. Möchte ich wirklich nicht spielen. Wirklich nicht. So. Wie machen wir das jetzt hier schön? Da können wir noch so ein bisschen ab und an... Da oben ins Eck kommt ein schöner Park. Ja, ich weiß, direkt an der Autobahn, Park ist komisch, aber... Okay, wir müssen hier sowieso mehr Parks machen. Ich würde hier fast das letzte schon fast so zum grünen Gürtel degradieren. Nö, da kommen noch kleine Leute, die sind so, so klein. Achso, aber hier nicht, Jüge. So längs. Ja, genau so. Da parken... Ne, Leute, okay. Ich weiß, was du meinst. Mit solchen Straßen. Nicht mit so einer Querstraße. Mit seinen Straßen. Dö, 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 dö. Aber da kann man auch schon fast wieder zu so einem Dings werden, ne? So was meinte ich auch, klar. Nein, da kommt nichts hin. Da kommt ein Park hin. Ah. Okay, das ist aber komplett abgelegen. Wobei, den kann man schön groß machen. Das ist der fürs Wohngebiet. Okay. Der eine Park. Und hier meinst du so ein bisschen so? Ja. Richtig. Ja, kann man... Es ist legitim. So. Dann machen wir hier... Guck mal, das wird so klein. Ich finde das irgendwie... Sorry, ich mag das irgendwie. So. Dann kann man sagen, dass die hier sich quasi noch so ein bisschen ansiedeln. So. Und dann kann man hier noch eine Straße raussemmeln. So. Vielleicht nicht zu da. Also die dürfen auch nur hier siedeln. Nicht da, sonst ist es zu laut. So. So, oder? Mhm. Dann kann man da noch so ein paar Zipfelchens reinbauen. Aber da hinten nicht, weil da war doch schon besiedelt. Da nimmst du denen gerade Platz zum Wohnen weg. Ja, das... Man hat auch immer im Real Life Anlieger Straßen. Erst Büro. Ja. Damit es nicht so laut ist. Hier gar nichts. Ja. So. Da auch nicht. So, da auch nicht. So. So. Okay. Akzeptiert. Perfekt. Challenge accepted. Blasser, dünner Junge, macht Fenster auf im Bus. Haben die da überhaupt Wasser? Nein, natürlich noch nicht. Aber ist die Pause draußen? Nein, ist sie nicht. Nö. Nö. So, dann können da im Bereich des Dingsis noch so ein paar kleine Shoppies. Dann natürlich wieder mit Büro umgarnt. So, ne? Mhm. Habe ich richtig gemacht. Perfekt. So. Die brauchen, die haben hier Einkaufsmöglichkeiten. Die können alle da einkaufen gehen. Dann kommen hier kleine Häuser. Oder? Ja. Was ist der Plan? So. Ja. Aber Autospeichern ist eine gute Sache. Das hatten wir ja nicht und dann ging es schief. Und dann haben wir hier Wohnblocks, ne? Sind aber trotzdem Ökowohnblocks. Von daher ist das nicht so schlimm wohnblockig. So. Können wir erstmal so lassen, oder? Ja. Da kann man da ab und an mal vielleicht noch so ein bisschen smaller werden. So. So ein bisschen zwischendrin ist, glaube ich, ganz. Ja, so wie da, wo wir jetzt wohnen. Ja, exakt. Ja, und hier. Und dann wieder da. So, jetzt machen wir mal die Pause raus, damit die hier sich ansiedeln können. Jo. Das können wir dann nach Bedarf irgendwie befüllen. Je nachdem, nach was mehr Nachfrage besteht, meine Damen und Herren. Wollen wir uns dann kurz um die Fußwege kümmern? Genau, Fußwege. Oder erstmal die Tram hier durch, damit die fährt, oder nicht? Ja, kann man auch machen. Genau, danach, dass wir alle erstmal Verkehr haben und dann können wir den richtig leiten. Hört sich irgendwie falsch an. Ähm, da, neue Linie. Ich würde die andere gerne anders färben. Welche Farbe soll die andere Linie haben? Ähm, Erbsengrün. Erbsengrün. Ja, wir vorher Erbsen hatten. Das ist nicht Erbse. Ich kann keine Erbsenfarbe. Das ist quasi fast. Das ist Erbsen. Nee, Erbsengrün. So. Kein Schwein hier, ne? Aber war auch gar nicht anders gedacht von Anfang. So, Dele. Äh, da kommt dann aber so eine kleine, süße... Also, die kann auch rund fahren. Das reicht in der Rückenlinie. Ja. Da brauchen wir keine hin und zurück. Das ist ja dämlich, oder? Nö. Machen wir eine schöne Rückenlinie. Eine anständige. So. Äh, neue Haltestelle. Dahin. So. Ja gut, hier musst du natürlich Umsteigemöglichkeiten... Die haben hier Umsteigemöglichkeiten. Aber die musst du ja halten, sonst macht das wenig Sinn, weil... Ähm, sonst parkt die hinter der anderen und das ist irgendwie dämlich. Aber die haben kein Wasser. Ich mach mal kurz Pause. Wie war das mit, die haben noch kein Wasser? Ja, aber der Pause-Mode ist noch drin. Ähm, ich muss die Buslinie nachher hier... Nee, jetzt hab ich den Pause-Mode rausgemacht, damit die sich da sammeln können. So, immer an den Kreuzungen schön. Und auch immer da ganz weit... Äh, da. Und da. Ja. Das ist eine schöne kleine Linie. Ähm, das weiß ich noch nicht, welche Typen wir nehmen. Irgendwie sowas... Äh, sowas hier. Ja, so eine kleine, oder? Ja, und hier mach mal gelb. Zitronengelb. Zitronen. Zitronen. So. Schee. Eins, zwei, drei, vier reichen da wahrscheinlich, oder? Ja. Und jetzt mach mal Wasser. Ja, auf jeden Fall. Und dann ziehen wir die Buslinie gleich noch um und dann, ähm, so. Sinnvolles Wasser-Konzept wäre so. So. Und so, und so, und so. Kostet halt alles Geld, ne? Hm. Oh, wir hätten auch gleich Parks machen können. Ich mach mal kurz Pause. Wir hätten gleich den Park machen können. Ähm, selber oder einen, äh, finished. Ja, das würde ich selber machen. Das ist oben in der kleinen, aber, äh, in der Ecke. Aber so kleine könnte man ja zwischendurch auch mal machen. So da zum Connection, ne? Ja, dann könnt ihr da auch durchlaufen. Ja. Braucht man keine Fußgängerüberwege machen. So, die hier brauchen auch nochmal was da, so direkt da. Da wollten wir eh keine Häuser außen hinbauen. Ja. Dann kann das ja gleich so ein bisschen Parki werden. So. Okay, einen eigenen Park. Und zwar, was, wird das trotzdem ein Stadtpark oder? Ich würde es trotzdem ein Stadtpark machen. Oder ein Naturschutzgebiet. Ein Naturschutzgebiet direkt an der Autobahn. Man merkt gar nicht, dass das Naturschutzgebiet ist. Jetzt können die hier ja wohnen. Passt ja. Ein Naturschutzgebiet. Bitte sitzen die mehrere Stromnetze. Nein, wir haben, glaube ich, nur ein bisschen wenig Strom. Ja, ich hab noch mehrere Stromnetze, aber... Die sind ja aktuell, Wumpe. W-tut-de-Umpel. So. Ups, wir brauchen ein Parkausweisetool. Parkgebiet übermalen. So, wer von hier über da nach da. So. Okay. Jetzt ist das ausgemalt. Jetzt machen wir das zu einem Naturschutzgebiet der Hauptdorne. Kleines Naturschutzgebiet ist das. Mehr ist das ja nicht, ne? So direkt an der Stramm, würde ich sagen. An der Stramm. Ja, Stramm. So. Äh, es sind überall Ampelkreuzungen. Ich hab Pause drin, keine Angst. Ups. Das ist absolut nicht gut. Warum haben die standardmäßig Ampeln? Das ist ja vollkommen... vollkommen over... Fahren wir denn schon einen Fahnen hier oder noch nicht? Das ist die hier, ne? Das sieht nicht so ganz so gelb aus, wie ich mir das gedacht hab. Die haben fast die Farbe getauscht. Die braune sieht gelb aus und die gelbe sieht... Naja. Wapp, wapp, wapp. Jetzt den Straßenbahn-Mod aktivieren. So hier und da und da und da. Ja, es ist ein bisschen unschön, aber was willst du machen, ne? Ist halt, äh, ja. Ach, die Buslinie wollte ich umziehen. Weil die kann dann auch notfalls da durchfahren. Die braucht jetzt nicht dann da, so. Bus, Buslinie, so. Genau, die hält ja hier. Ja. Dann kann die einfach, statt da lang zu fahren, kann die die Haltestelle bleiben lassen. Und die Haltestelle bleiben lassen. Genau, dann kann die hinten einfach hier durchs Gebiet fahren und kann die einfach nochmal halten, so. Ach, nicht in der Nebenstraße. Ich wollte die eigentlich hier halten lassen, so. Ja, dann kann die da durchfahren. Das ist okay, oder? Ja. Dann haben wir das ein bisschen optimist, so. Hügelbach. Ja, mehr oder weniger. Den Stadtpark könnten wir Schnabbis Lieblingsplatz nennen. Okay, ach, du hast ja da die Pläne. Und wie wollen wir denn die Wegführung machen? Keine Ahnung, habe ich absolut keinen Plan. Ah, sieht fast aus wie eine Blume. Stimmt wie so eine Tulpe. Ja, ich weiß, wenn wir mit Blumen malen, dann äh... Nö, sieht voll gut aus. Vor allem wenn Josch immer Blumen malt. Nein, sieht voll gut aus. Ich bin voll stolz auf dich. Ich wollte gar keine Blumen malen, aber... Siehst du, wahrscheinlich funktioniert es deswegen. So. Ah. Okay, daran müssen wir uns natürlich Attraktionen befestigen, sonst wird das natürlich, äh... Lagerfeuer kann man hier schön machen. Singen das Lagerfeuer-Lied. Haben wir keine Infostände oder sowas am Anfang? Man kann gar nicht viel machen. Da kann man zelten am Lagerfeuer... Ach, wir müssen... Ah, nee, ich wollte das eher in den Nebenstraßen machen. Das in den Nebenstraßen machen und in denen, äh, kann man dann... Zölten. So, genau. In den Nebenstraßen kann man dann so, ne? Direkt an der Autobahn. Geil. Ne, aber ihr wisst, glaube ich, sowas. Und in der Mitte kann man vielleicht so einen kleinen Hügel machen oder sowas. Oh, wir können ja Steine da rein platzieren. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, was wir damit machen. So, da kann man hier schön zelten. Da ist ja eine ganze Zeltstadt. Mal verschiedene. So, hier ist ein Zeltstädtchen. So, mit noch einem Lagerfeuer. Boah, wenn wir da in die Mitte was Hübsches machen, dann können wir davor einen Aussichtsturm platzieren. Zum Beispiel. Genau, die haben wir halt leider noch nicht, ne? Das ist halt noch ein bisschen... Gut, das reicht jetzt erstmal an den Dingern. Das würde ich noch ein paar aus dem Stadtpark platzieren. So, für den Einfangtoiletten brauchen wir trotzdem alle, ne? Am Anfang Parktoiletten. So. Infostände eigentlich auch. Ein Café. Ja, ein bisschen zu Kohle verdienen, ne? Da, oder? Ja. Ah, ist nicht so schön, aber... Toiletten. Du hast da schon Toiletten hin? Ach nee, hatte ich das in das Toiletten? Ja. Ich wollte Infostand. Ach komm, Herren und Damen Toiletten. Können wir da jetzt in die Mitte in die Tulpe rein was platzieren? Ja. So ein bisschen anheben und ein paar Scheinchen. So, wir haben ja Props. Also dann machen wir erstmal hier so... ...so Geländehöhe machen wir mal auf 165. So. Oh, das ist sehr schön. Oh, das kann man schön benutzen, das hier so. So. Oh. Süß. Cool, oder? Mhm. Wir sind alle voll zufrieden mit uns. So, und jetzt können wir ja noch ein paar unten... Ähm... Jetzt können wir ja das Forming Tool lassen. Ja. Und können dann noch ein paar Steine hin platzieren. So kleine, knuffige. Ja, ja so. So ist doch hübsch. Ja. So, ich muss mal gucken, dass wir halt da nichts wegmachen von den... Das ist ein bisschen groß. Okay, die andere Richtung wird größer. Ich hab's... Ich hab gelernt. Ah, so ist knuffig. Ja, so ist okay. So, fertig, ne? Und ein paar Bäume noch drauf. Was für Bäume? Äh, kleine Bäume. So was. Äh, bis Einzelbäume vielleicht, ne? Äh, Shift-P. Höhö. Ja, und ein paar helle Bäume noch, damit es nicht so finster aussieht. Jawoll. Shift-P. So. Guck mal, das ist doch mal ein Naturschutzgebiet, wie ich's mir vorstelle. Schön. Ja, das wird auch irgendwann... Hält jetzt... Fahren das ja Leute mit der Tram. Hickory dickory dock. Langsam. Eigentlich hätte so eine Einzeltraktion gereicht, ne? Wie wär's, wenn wir uns jetzt um die Fußwege kümmern? Das ist eine sehr gute Sache. Fangen wir ja direkt an, wo wir sind, würde ich sagen. Oh ne, wir heißen wir noch ein paar Gewerbegebiete aus. Üps. Ich hatte hier ja Puffer gelassen, ne? Aber hier würde ich ungein Gewerbe hinbauen. Das ist ja okay wegen hier, damit die da auch gleich ihr Geld lassen können. Ist auch zu viel Gewerbe. Oh, die da oben haben... Wasser, wir haben alle zu wenig Wasser. Dann lass kurz das Budget mal. Ist jetzt nicht langfristig gedacht, ich weiß. Wir müssen denen auch gleich noch... Zugang zur Grundschulbildung. Oh ja. Bam. Oberschule müsste ja eigentlich, ne? Da passt, die sind da gebildet. Die da oben haben. Da haben die noch so ein bisschen... Aber wir können da oben ja weiter bauen und dann... Das müssen ja auch nicht alle. Das müssen ja eben. Das müssen ja auch nicht alle immer, ne? Zu jedem Zeitpunkt. Was haben die? Die Polizei sieht gut aus. Feuerwehr. Feuerversorgung sieht okay aus. Okay. Wenn hier eine Feuerwache ist, können die wohl nach da oben fahren. Ja. Meine Meinung. Krankenversorgung haben die hier drüben keine. Das ist schlecht. So, direkt hier gibt es doch bestimmt so, wo man, ne? Ja. Hat jeder so seine eigene kleine. Guck mal, sind alle zufrieden. Haben zu wenig Strom. Und wir haben zu wenig Strom. Dann baller ich mal wieder ein paar... Oh ne, bauen wir doch gleich so was hier. Oh ja. 240 und das sind halt... 8. Sowas wäre sinnvoll, ehrlich gesagt. Soll ich dann die anderen abreißen oder einfach nur ausschalten? Du kannst die... Du kannst unseren Hügel wirklich lassen. Aber ich kann die ausschalten. Werbe den Hügel nicht... Oh nein. Der soll ja was bringen. Okay, dann soll ich die ja wegmachen. Da unten unsere... Die kannst du abreißen. Oder ausschalten die doch doof aus. Problem, bis haben wir Geld rein investiert, ne? Aber... Und diese komische Solarpinsel, wo soll dann da hin? Genau da hin. Geothermie. Das ist schon zu teuer. Ne, es ist zu teuer. Dann nehmen wir halt ein Geothermie-Kraftwerk. Ja, aber das ist, wenn man das dann reduzieren würde, dann reduziere ich die Stromleistung. Ja. So, man kann es ein bisschen rausziehen. So, dass es immer noch eine Straßenanbindung hat. Genau. Und das eine Ding ist nicht damit verbunden. Wo? Da. Das hier. Nein. Das ist die Straße. Nein. Der eine Strommast ist nicht damit verbunden. Der da. Oben. Scheißegal. Wo ist Oben? Ist doch egal. Ja, aber dann haben die keinen Strom. Die haben bestimmt irgendwo anders in den Netzen. Die haben sie tatsächlich nicht. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Oh, wir sind drunter. Okay. Heißt, wir brauchten das. Ah, nee. Das Ding ist nur aus. Ich glaube, daher kam unser knapper Strom, oder? Wenn das jetzt anders ist, hat das jetzt mehr? Ja. Jetzt kann ich das Budget nämlich runterbatschen. So. So stark runterbatschen darf ich jetzt nicht. Wie viel Ausgangsleistung hast du denn? Sonnenintensivität 100, 158. Hä? Also irgendwas zwischendrin. Sowas wie 75. Machen wir mal so. Hä? Ich raff das. Ich muss das jetzt einfach. Ich lass das jetzt mal bei so. So, 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 so. Ich will nicht zu viel Geld dafür ausgeben, ne? Du verstehst ein bisschen mein Bedenken. So, dann rühr ich den Strom jetzt mal ganz kurz. Äh, was sagt denn? Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Nicht mehr allzu viel. Puch, wir haben auf einmal 11.000 Einwohner. Wo kommen die alle her? Ja, in die dicht besiedelnden Gebiete. Das passt immer ganz gut. So, dann können die hier eigentlich noch Gewerbe hin. Boah, das ist abgeschirmt genug. So, die sind eh alle laut. Dann passt das hier. Ja, gut, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen, ne? Aber das wird ja alles. Die graden sich alle ab. Die haben Parks. Der Parks ist bisher einigermaßen okay. Bildung haben die jetzt auch. Die haben jetzt erstmal eigentlich alles, oder? Oder fehlt da noch was? Wir bräuchten so Parkinstandhaltungsteile, ne? Ja, und Post. Ah, Post ein bisschen, ja. Wir müssten wieder so ein externes Ding machen, wo die immer hinfahren können. Von wo erst die immer hinfahren. Meine Meinung. So weit wie hier. Wir können auch das hier benutzen. Wir können das einfach mal weiterbauen. Sag ich ja. Dann haben wir mehr Platz. Das meine ich mit benutzen. Ach so. So, dass das so unser... Aber nicht zu weit weiterbauen, weil da kommt noch die große Straße, gell? Ja, naja, ich baue es nicht in diese Richtung. Ich baue es wirklich nur so. So, dann kommt da sowas wie Parkinstandsetzung. Wo war denn der Sheet? Da war der Sheet. So, da. So. Brauchen wir denn so ein komisches Straßeninstandsetzungsding oder nicht? Mal sehen, wie das so ein Straßenzustand ist. Da, Straßeninstandsetzung. Ist das denn schlimm? Die Straßenstadtsetzung kostet, also die Straßen haben einen guten Zustand. Aber zur zusätzlichen Verbesserung ihrer Straßen müssen eine Straßenmeisterei bei den Fahrzeuge fahren. In der ganzen Stadt herum sorgen dafür, dass die Straßen im perfekten Zustand bleiben. Pja, das läuft doch aber eigentlich alles. Ich glaube, das ist, wenn man Traffic plus plus oder sowas hat. Okay, wie besser mit Post machen? Kein Problem. Ja, Post. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlimm aus mit der Post. Die war unter ÖPNV, natürlich. Genau, das ist eigentlich, wie gesagt, das war... Gut, dann können wir jetzt die Fußwege machen. Ja, sehr gute Idee. So. Wie bin ich aber draufgekommen, dass ich damit aufgehört habe? Irgendwie im Park, ne? So, hier ist angebunden, dann binden wir das da an. So. Dann überall, wo die Trams sind. Das wäre... Genau, weil hier ist nämlich noch so ein bisschen nüscht. Ah! Aufzug. Aufzug. Frage ist, wo ist der Aufzug? Naja, er muss ja quasi... Was habe ich hier noch alles? Er muss... Er muss mehreren Sachen sein. Herr Josh. Wo ist denn der Aufzug? Dann ist... Dann machst du einen Fußweg von der einen Straßenseite zur anderen. Genau, aber... In die Mitte machst du einen Aufzug. Wo habe ich den? Äh, gute Frage. Also... Vielleicht bei... Der war doch für Straßenbahn, oder? Nee, nee, der war einfach existent. Was ist denn das? Das ist hier. Klar, der ist bei... Parks. Reicht ein kleiner, ne? Sechs Meter. Ja, und den machst du in die Mitte. Wie sieht der denn aus? Ich müsste den, glaube ich, erstmal irgendwo platzieren, damit ich mir den mal angucke. Wo er nichts kaputt macht. Schiff P. An die Gefährdung zu steigen geht er trotzdem nicht, ne? Habe ich den Roadrunner hier an? Nee, da. Besser. Parks. Entfernung zu gering? Steht da irgendeine Beschreibung? Nee. Was ist denn Entfernung zu gering? Muss ich denn einen Fußweg batschen, oder wie benutze ich den? Dann muss ich mir das nochmal angucken. Dann machen wir doch jetzt erstmal Fußwege. Ich muss wahrscheinlich einen oberen Weg haben. Ja, das macht ja auch Sinn. Mach mal das doch so. Wie kann ich den denn platzieren? Wenn ich jetzt... Ich denke mal, dass wir dann so eine Brücke brauchen hier, oder? Sieht man den? Ich verstehe den gar nicht. Dreh den doch mal. Dreh ihn doch mal. Der dreht sich selber, wenn man ihn nicht... Wenn man ihn... Guck mal, der dreht sich immer so hin, wie er optimal ist. Ja, aber drehen doch mal so, dass er an den Fußweg passt. Er dreht sich selber so. Guck mal, er dreht sich immer. Okay. Immer so, wie er sich braucht. Schon immer. Da brauchst du nicht drehen. Dann ist er nicht mit dem Fußweg kompatibel. Ja, ich mach wohl irgendwas falsch. Äh. So, dann machen wir das mal an. Und dann gucke ich mal, wie das funktioniert. Ja, Entfernung zu gering ist halt irgendwie so was. Dann müsste man jetzt wahrscheinlich... Brauche ich da andere Plops dazu? Kann man den denn... Kann ich den nur an die Tramstation, also an... nämlich echter Haltestellen dran bauen, oder? Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Dann ist die Entfernung zu gering. Ich verstehe es nicht. Ich muss mir das mal angucken. Don't care. Dann machen wir doch erstmal normale Fußwege. Damit ich die gleich wieder abreißen kann, oder wie? Ja, von der einen Straßenseite zur anderen brauchen wir ja trotzdem einen Weg. Da geht ja auch kein Aufzug. Du kannst ja nicht drei Aufzüge dahin machen. Wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause. Ist eh halb. Ist eh halb. Können wir machen. So, schon mal geschäftiges Treiben hier. Ich hab nämlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir gucken uns das einfach mal an. Also, bis gleich. Tschüss. Tschüss.